Dann werde ich ihn mit einem Fluch belegen, den Sie nie wieder vergessen werden. Devin hat mir alles erzählt. Und du denkst, ich fang an zu spinn, nicht wahr? Ist das der Grund, warum du so nett zu mir bist? Ich konnte es genau sehen! Ich bin in Ordnung. Hier drinnen ist nur etwas zu viel Halloween. Welches Video soll es denn als nächstes sein? Schreib es unten in die Kommentare und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal!